Willkommen zu einer weiteren Einheit in diesem VBA-Kurs. Dieses Mal möchte ich etwas über Vorschleifen erzählen. Vorschleifen, das macht ähnliche Rechenschritte einfacher. Es erlaubt uns, Rechenschritte, die relativ gleich sind, die sich vielleicht nur aufgrund der Durchlaufzahl unterscheiden, immer und immer wieder auszuführen, ohne das Ganze jedes Mal explizit hinschreiben zu müssen. Was meine ich damit? Gucken wir uns das mal an einem Beispiel an. Ich lese hier eine Zahl aus meinem Tabellenblatt aus, oder ein. Was ich dann letzten Endes machen möchte, ist, dass mir diese Eingabe einmal ausgegeben wird über eine Messagebox. Dann soll einer dazu addiert werden, dann soll das wieder ausgegeben werden. Dann soll wieder einer dazu addiert werden, soll wieder ausgegeben werden, und so weiter und so fort. Das Ganze möchte ich dann aber fünfmal nacheinander machen. Das heißt, ich möchte aber auch nicht fünfmal hinschreiben müssen, erhöhe das um eins, Messagebox, erhöhe das um eins, Messagebox. Ich möchte, dass das möglichst einfach und elegant läuft. Dafür kann ich die Vorschleife nutzen. Dann sage ich ihm, wenn ich es fünfmal laufen soll, for, und dann brauche ich hier einen Laufindex. Das ist dann hier eine extra Variable. Hier habe ich mal i genannt. For i gleich 1. Also er startet mit dem ersten Durchlauf, to, fünf. Das ist der letzte. Macht es also fünfmal. Was soll er machen? Na ja, was ich gesagt habe, er soll erst mal die Eingabe 1 ausgeben. Das heißt, über eine Messagebox die Eingabe ausgeben. Und dann soll er einen dazu addieren. Also Eingabe 1 gleich Eingabe 1 plus 1. Das soll er jetzt fünfmal nacheinander machen. Dann muss ich ihm natürlich, wie bei den If-Abfragen auch, erst mal sagen, wo ist diese Schleife zu Ende. Das wäre sie hier nach. Und das sage ich ihm mit Next. Also nehme jetzt den Nächsten. Erst macht er das für einmal i gleich 1. Dann macht er das für i gleich 2, i gleich 3, i gleich 4, i gleich 5. Und dann hört er auf. Das heißt, wenn ich das jetzt ausführe, kriege ich insgesamt fünf Messageboxen. Gucken wir mal. Das heißt, er wiederholt diese ähnlichen Schritte fünfmal. Okay, fünfmal ist jetzt nicht viel. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie müssten die gleichen Schritte, nicht unbedingt mit Ausgaben, aber mit Berechnung, 3000mal durchführen. Dann wollen Sie ja nicht 3000mal diese zwei Zahlencode immer wieder reinkopieren, reinkopieren, reinkopieren. Das heißt, da kann ich das Ganze etwas einfacher gestalten. Ich kann genauso gut zum Beispiel mir aber auch eine Funktion vorgeben. Zum Beispiel, dass ich hier einfach sage, ich möchte nur diese Zahl i und davon immer das Quadrat ausgegeben haben. Also ich möchte, dass er hier quasi immer rechnet, i mal i. Und das für die ersten, sagen wir mal, sieben Stück. Ich möchte also die ersten sieben Quadratzahlen ausgegeben bekommen. Dann habe ich 1, 2, äh, ja, mit 2 die 4, mit 3 die 9, 16, 25, 36, 49 und Stopp. Das heißt, ich kann die Ausgabe immer auch abhängig von diesem Laufindex machen. Das heißt, ich habe hier eine Variante, die den Mathematikern über die ganzen Summenformeln, Produktformeln bekannt vorkommen könnten. Weil da mache ich was Ähnliches. Ich setze halt immer startend von diesem Wert i gleich etwas ein. Und es läuft bis, und das steht dann über dem Summenzeichen oder dem Produktzeichen, einer Obergrenze. Und das ist hier der zweite Wert, 2, so und so. Und dann steht hier drin, dass, was er jetzt beim Summenzeichen immer berechnet und dann dazu addiert, beim Produktzeichen berechnet und dazu multipliziert. Nur hier ist das ein bisschen flexibler. Hier kann er beliebige Schritte machen. Kann Ausgaben machen, kann Berechnungen durchführen, kann halt beliebige Sachen machen, aber eben genauso oft wie hier vorgegeben. Ja, und das ist dann auch schon das, was man zu den Vorschleifen anmerken kann. Und sollten Sie jetzt weitere Informationen noch in dem Thema zu VBA suchen, weiter an dem Kurs teilnehmen wollen, besuchen Sie auch den Rest hiervon oder werfen Sie einen Blick in die zugehörige Playlist. Ich sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich sage auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020